Servus! Hallo! Hast du schon gehört? Hast du euch? Es gibt ein Buch zum Kaufen. Echt? Ja, wenn? Die vierten Klassen der Musikmesselschule in Weiz, die haben uns geschrieben. Echt? Wirklich? Ja, das soll angeblich sehr super sein. Ich würde da mal vorbeischauen. Ja, ich glaube, soll ich mal machen. Täglich vier, wo es jetzt eingebucht, der vier B und C gibt. Ich glaube, das heißt irgendwie so das verrückteste Jahr meines Lebens. Ja, ja, das gibt es hier in der Europaallee da drüben. Wir wollten nicht ganz ans Kaufen. Ja, du willst, kannst gleich mitgehen. Sicher? Ja, das kostet fünf Euro. Wichtig? Ja. Ja, und ich trinke jetzt mal wieder. Ja, gern. Danke. Danke. Danke, tschüss. Tschüss. Tschüss.